Gitte Henning Johansson ist eine dänische Sängerin und Schauspielerin. Mit ihrem Hit Ich will, nenn Cowboy als Mann wurde sie 1963 zu einer der beliebtesten Interpretinnen des deutschsprachigen Schlagers. Seit den 1980er Jahren tritt sie mit anspruchsvollen Texten des Librettisten Michael Kunze als gereifte Popsängerin in Erscheinung. Ihr Repertoire umfasst außerdem Blues, Jazz, Musical und dänische Volkslieder. Werdegang Henning stand im November 1954 als Achtjährige erstmals auf der Bühne in ihrer dänischen Heimat. Ihr Vater Otto Johansson war Gesangslehrer und ebnete ihr den Weg ins Showgeschäft, als er mit ihr den deutschen Erfolgsschlager Ich heirate Papi auf Dänisch aufnahm. 1958 galt das blonde Mädchen als der berühmteste Kinderstar ganz Skandinaviens, hatte schon Auftritte im Fernsehen, beim Film und auf der Musicalbühne und 16 Schallplatten besungen. Ab Ende der 1950er Jahre veröffentlichte sie auch in deutscher Sprache. Seit den frühen 1960er Jahren war sie in den dänischen und schwedischen Hitparaden sehr erfolgreich. Schon im Januar 1963 hatte sie in Dänemark mit Taap met Udee Fisk ihren allerersten Nummer-eins-Hit. Im gleichen Jahr war sie außer in Deutschland auch noch in Schweden mit Komnetpa Jordan Igen auf dem 1. Platz. Somit hatte sie im Jahr 1963 drei verschiedene Nummer-eins-Hits in drei Ländern, dazu kommt noch eine vierte Nummer-eins im Duett mit Rex Gildo. Sie nahm auch im nationalen Finale der dänischen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest im Jahr 1962 mit dem Song JEG Snecker mit MIGS ELV Teil. Dieser Song wurde jedoch disqualifiziert. Ein Jahr später versuchte sie es erneut mit dem Song Lilzate Quinde und belegte damit im Vorentscheid den Vier. Platz. Nils Nobach entdeckte sie 1960 für den deutschen Schlagermarkt und vermittelte ihr einen Plattenvertrag mit Elektroler. Nach zunächst mäßigem Erfolg gewann sie 1963 die deutschen Schlagerfestspiele in Baden-Baden mit dem Titel Ich will, nen Cowboy als Mann, der dann auch ein Nummer-eins-Hit in Deutschland wurde. In der Folgezeit trat Gitte meist zusammen mit dem Schlagersänger Rex Gildo auf. Sie waren Mitte der 1960er Jahre das beliebteste Duo auf dem deutschen Schlagermarkt. Mit vom Stadtpark Die Laternen hatte sie 1963 noch einen weiteren Nummer-eins-Hit. Das Duo Gitte – Rex Gildo platzierte bis 1965 sechs weitere Singles, die erfolgreichsten waren Jetzt dreht die Welt sich nur um dich und zwei auf einer Bank. Weiterhin veröffentlichte Gitte auch Solo-Singles in deutscher, dänischer und schwedischer Sprache, die zumeist im oberen Mittelfeld der Verkaufslisten auftauchten. Bis in die 1970er Jahre hatte sie 15 Hits in Dänemark und zehn Hits in Schweden. Häufig war sie zu Gast in Fernsehshows. Schon früh hatte sie Begegnungen mit dem Jazz. 1968 nahm die begeisterte Jazzliebhaberin mit der renommierten Kenny Clark, Francie Boland Big Band das Album My Kind of World auf, das damals zwar von der Kritik wohlwollend, aber vom Publikum erst viele Jahre später, als Neuveröffentlichung auf CD unter dem Titel Out of this World, beachtet wurde. Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre hatte Gitte Erfolg mit den Singles Man muss schließlich auch mal Nein sagen können, Probleme, aber heimlich, Millionär, Weiße Rosen, Dann kamst du und Regenbogen. Mehrfach coverte sie ihre eigenen deutschen, aber auch internationale Hits in dänischer Sprache. 1973 startete sie für Deutschland mit dem Titel Junger Tag beim Eurovision Song Contest und wurde achte. In den 1970er Jahren konnte sie mit Schlagertiteln wie so schön kann doch kein Mann sein und lass mich heute nicht allein wie stets gute Hitparaden-Platzierungen erzielen und erreichte mit Ich hab die Liebe verspielt in Monte Carlo, wenn auch knapp, sogar die Top Ten. Die beiden männlichen Mitglieder der Gruppe ABBA produzierten für Gitte den Titel Happy End, der 1976 auf einer Single-Ahr-Seite erschienen ist. 1978 nahm sie in Luxemburg an der Vorentscheidung für den Eurovision Song Contest mit dem Lied Dream Queen Fam teil und belegte den dritten Platz hinter Baccara. Immer wieder hatte Gitte beim Fernsehen eigene Personality Shows. Während sie sich in Deutschland als Showstar etablierte, veröffentlichte sie zwar weiterhin in Skandinavien, aber mit abnehmendem Erfolg. 1979 spielte sie am Stadttheater Oberhausen zusammen mit Silvio Francesco und Horst Jüssen in dem Musical Ich liebe meine Frau. Ein Imagewechsel hin zur ernsthaften Pop-Interpretin Anfang der 1980er Jahre brachte ihr nun auch die Aufmerksamkeit der Kritik. Freu dich bloß nicht zu früh wurde 1980 ein großer Erfolg. Das Musikstück war Teil des von Lloyd Webber geschriebenen und im Original von Marty Webb aufgenommenen Einakt-Musicals für eine Person Tell Me on a Sunday. Gitte Henning nahm eine deutsche Version des Musicals unter dem Titel Bleib noch bis zum Sonntag auf. Für dieses Konzeptalbum erhielt sie 1980 den Deutschen Schallplattenpreis. Danach waren die Frau die dich liebt, etwas ist geschehen, ich will alles und Lampenfieber ihre bekanntesten Hits. Zum Zeichen ihrer Emanzipation nahm Gitte nun auch ihren Nachnamen mit auf die Plattenhüllen. In dieser Zeit überzeugte sie auch mit mehreren Konzeptalben wie Ungeschminkt, das besonders erfolgreiche Berührungen, wofür sie ihre erste goldene Schallplatte erhielt, und jetzt erst recht. Live war Henning 1984, 1988 und 1993 auf Tournee zu erleben. Ihre beiden CDs Liebster und My Favorite Songs, beide bei WEA erschienen, waren allerdings weniger erfolgreich. Außerdem bewarb sie in den 1980er Jahren die Praline Mon Cherie des italienischen Herstellers Ferrero. In den 1990er Jahren spielte Henning mehrere Monate in Berlin im Musical Shakespeare und Rock'n'Roll, das von Friedrich Kurz produziert wurde. Sie gehörte etwas später ebenfalls zum Ensemble der erfolgreichen Berliner Zeltaufführungen von Die Zauberflöte unter der Regie von George Tabori. Gelegentlich absolvierte sie Gastauftritte in festspielartigen Musikprogrammen. Ein Jazzkonzert für ihren Vater Otto Henning in der Komischen Oper in Berlin wurde 1997 zum großen Erfolg. Das Konzert Songs for My Father wurde auch als Live-CD veröffentlicht. Für die Ende 1998 erste ausgestrahlte 13-teilige ZDF-Justiz-Fernse-Serie Lisa Falk – Eine Frau für alle Fälle interpretierte sie den Titelsong Like a Star in the Night. Von 2001 bis 2003 war sie mit ihrem In-Jazz-Programm erfolgreich auf Tournee durch Deutschland. Bis in die Gegenwart tritt sie mit diesem Programm immer wieder auf. Im November 2004 feierte Gitte ihr 50. Bühnenjubiläum mit einer kleinen Konzertreihe und sang alte und neue Songs. Zum Jubiläum veröffentlichte sie gleich zwei von ihr selbst produzierte neue CD-Alben, ein Live-Jazzalbum der In-Jazz-Tour und das Popalbum Johannsen, das ihrem im Frühjahr 2004 verstorbenen Vater gewidmet ist. Von Juni 2004 bis Ende 2007 stand Henning gemeinsam mit Wenke Mühre und Sief Malmquist mit dem Programm Gitte, Wenke, Sief, die Show über 500 Mal in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart, Bremen, in der Schweiz und in Österreich sowie an zahlreichen anderen Orten auf der Bühne. Mit den beiden Kolleginnen verbindet sie, neben der skandinavischen Herkunft, manch ähnliche Station im Showgeschäft. Die veröffentlichte Live-CD der Show erreichte im Frühjahr 2005 den Platz 100 in den offiziellen deutschen Verkaufscharts. In ihrer Heimat war Gitte Henning 1980 mit der dänischen Version von Bleib noch bis zum Sonntag für lange Zeit letztmals erfolgreich. Die LP erreichte dort den 4. Platz. Es folgten nur noch einige Best-of-CDs, aber keine Neuaufnahmen mehr. Überraschend war daher der Verkaufserfolg der 4-CD-Box den komplette Popbox von 1958 bis 1965 im Frühjahr 2006, die sich in Dänemarks Albencharts bis auf den 8. Platz platzieren konnte. Im November 2006 wurde der Dokumentarfilm Ich will alles die Gitte Henning Story von Filmemacher Marc Böttcher bei den nordischen Filmtagen Lübeck-Uhr aufgeführt und später auch im Fernsehen gezeigt. Im Juni 2007 erschien der Film auf DVD und es wurde eine Doppel-CD dazu veröffentlicht. Ende August 2007 veröffentlichte die Plattenfirma Sony BMG Die drei erfolgreichen Alben bleibt noch bis zum Sonntag, ungeschminkt und Berührungen noch einmal in einer Dreier-CD-Box. Alle drei Alben waren seit Ende der 1980er Jahre nicht mehr im Handel erhältlich und sind nun wieder für die Fans verfügbar. Im Herbst 2007 konnte man Gitte Henning wieder live in Deutschland erleben. Sie tourte zusammen mit einem extra von ihr zusammengestellten Orchester mit dem Jazz-orientierten Programm Ich will durch deutsche Theater- und Konzertsäle. Ab Oktober 2008 war Gitte Henning und ihr 13-Personen-Orchester mit dem pop-orientierten Programm Ich will alles Tour 2008 auf Tournee. Die Tour setzte sie 2009 und 2010 mit der Konzertreise Ich will alles fort. Ab Ende Mai bis Juli 2010 spielte und sang sie in der Shakespeare-Theater-Inszenierung von Was ihr wollt unter der Regie von Armin Holz bei den Ruhrfestspielen Mal und anschließend am Renaissance-Theater die Rolle des Naren. Im November 2010 veröffentlichte Henning ein neues Album, bestehend aus Neuaufnahmen ihrer größten Hits und vier neuen Songs mit dem Titel Was ihr wollt. Hiermit gelang es ihr nach 27 Jahren wieder als Solistin in die deutschen Charts zu kommen. Gitte Henning war 2012 an der Seite von Profitanzpartner Gennady Bondarenko in der RTL Tanzschule Let's Dance zu sehen, aus der sie wegen des Todes ihrer vier Jahre älteren Schwester in der vierten Runde ausstieg. Ab Mai 2014 bis Januar 2015 stand sie wieder auf einer Theaterbühne. Im Zwei-Personen-Stück Love Letters agierten sie und Egon Matzen im Theaterhaus Stuttgart. Ab März 2015 trat sie mit ihrem Programm All by Myself auf. Im Oktober 2016 hatte sie Premiere am Theater Lübeck in der Rolle der Norma Desmond in Andrew Lloyd Webbers Musical Sunset Boulevard unter der Regie von Michael Wallner. Ab Herbst 2017 trat sie mit dem Programm Meine Freunde, Meine Heldin, Ihre Gitte auf. Hier interpretierte sie weniger eigene Lieder, sondern Songs von Udo Lindenberg, Rio Reiser und auch internationale Standards. Erneut übernahm sie ab September 2018 eine Rolle in einem Musical. Im Hamburger Meer – Theater am Großmarkt war sie als alternde Tanzlehrerin Hannah in der Bühnenversion des Kultfilms der 80er Jahre Flashdance in einer Sprechrolle zu sehen. Privates Mitte der 60er Jahre war sie mit dem dänischen Jazzmusiker Nils Henning Orsted Pedersen liiert. Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre lebte sie mit dem Komponisten Robert Kornford in London und Rom. Gitte heiratete 1974 ihren Manager Jo Geistler. Die Ehe wurde jedoch 1976 geschieden. In den 1980er Jahren war einige Jahre der Regisseur Pitt Weyrich ihr Lebensgefährte. In den 1990er Jahren war der Musical-Produzent Friedrich Kurz an ihrer Seite. Seit einigen Jahren lebt Gitte Henning in Berlin. Auszeichnungen 1963 Silberner Löwe von Radio Luxemburg für Ich will, Nenn Cowboy als Mann und Brosner Löwe von Radio Luxemburg für Vom Stadtpack die Laterne 1965. Goldener Bravo Otto 1974. Goldener Löwe von Radio Luxemburg für Ich hab die Liebe verspielt in Monte Carlo 1975. Goldene Europa 1980. Deutscher Schallplattenpreis für das beste deutschsprachige Popalbum bleibt noch bis zum Sonntag 1981. Goldene Stimmgabel als beste Pop-Solistin 1982. Goldene Stimmgabel als beste Pop-Solistin 1982. Deutscher Schallplattenpreis für die beste deutschsprachige Single Etwas ist geschehen 1983. Goldene Stimmgabel als beste Pop-Solistin 1983. Goldene Kamera 1984. Bambi 1984. Ehrenlöwe von Radio Luxemburg 1989. Goldene Stimmgabel als beste Pop-Solistin 2004. Platin-Sonderpreis der Goldenen Stimmgabel 2012. Lale Andersen-Preis Goldene Stimmgabel als beste Pop-Solistin Goldene Stimmgabel als beste Pop-Solistin